Sondereinsatz für eine Kanalreinigungsfirma in Frechen bei Köln. Ein Kameraroboter wird eingesetzt. Er soll erkunden, was sich unter dem Straßenpflaster abspielt. Ein Bürger ist auf seinem Grundstück eingebrochen, regelrecht im Boden versunken. Der Grund, ein Tunnel, der seinen Garten unterhüllt hat. Die ersten Bilder. Ein bergmännisch vorgetriebener Stollen mit Belüftung und Entwässerung. Professionell gemacht. Die Männer trauen ihren Augen nicht. Der Tunnel ist über 30 Meter lang, führt unter mehreren Grundstücken hindurch und endet an einem mittelalterlichen Brennofen. Und das direkt unter dem Stadtzentrum von Frechen. Der Einstieg befindet sich in diesem Hinterhof in einer stillgelegten Kegelbahn. Zwei Männer hatten dort alles verbarrikadiert und wochenlang gebuddelt. In der Wohnung des einen entdeckt die Polizei Unmengen mittelalterlicher Keramik. Sie wird beschlagnahmt und in ein Depot des Landschaftsverbandes Rheinland gebracht. Danach haben sie also gesucht. Kunstvoll verzierte rheinische Keramik. Das Einzelstück schon mal mehrere tausend Euro wert. Die sichergestellten Scherben dienten den Plünderern als Ersatzteillager für beschädigte Stücke. Eine technisch so aufwendige Raubgrabung hat der rheinische Landesarchäologe Jürgen Kuno nur selten gesehen. Er kämpft seit Jahren gegen eine Flut von illegalen Schatzsuchern, die sich über das Internet Tipps zuspielen und ihre Ware online verkaufen. Immer wieder beobachtet er das World Wide Web, mittlerweile leider auch eine Kontaktbörse für Kriminelle. Kuno kennt das Angebot. Es reicht von Metalldetektoren bis hin zu exakten Fundortbeschreibungen. Nur selten haben die Archäologen trotz Plünderungen noch Glück. Diese unscheinbaren Rostklumpen wurden bei der Hausdurchsuchung in Frechen sichergestellt. Im Röntgenlabor des Rheinischen Landesmuseums Bonn wird untersucht, ob sie wirklich so wertlos sind, wie einer der Tunnelgräber bei der polizeilichen Vernehmung angab. Denn die Archäologen haben einen anderen Verdacht. Hinter strahlensicheren Türen und meterdicken Beton werden die Beweisstücke zerstörungsfrei untersucht. Das hochmoderne Röntgengerät scannt mit exakt dosierbarer Strahlung das verrostete Objekt von allen Seiten ab. Nach wenigen Minuten wird die schmutzige Haut des angeblich wertlosen Klumpens transparent. Eine kunstvoll verzierte fränkische Gürtelschnalle kommt zum Vorschein. Ein Meisterstück der Schmiedekunst. Sicher nicht ein Erbstück von Oma, wie es in Internetangeboten oft heißt. Das sind Spitzenstücke. Wenn die gereinigt sind, sind sie auf jeden Fall so, dass man sie nicht in einem Depot belasten würde, sondern das wären Ausstellungsstücke. Das einzelne Stück wird ohne weiteres mehrere tausend Euro wert sein. Die Plünderer hatten es eindeutig auf hochkarätige Stücke angesehen. Sie sind professionell und gezielt vorgegangen, mit krimineller Energie. Trotz der klaren Indizienlage sieht der Archäologe Kuno dem Prozess skeptisch entgegen. Denn es fehlt der letzte Beweis, nämlich, dass die beschlagnahmten Stücke exakt von diesem Fundort stammen. Amtsgericht Kerpen. Der Fall kommt zur Verhandlung. Sie endet zwar mit einer Verurteilung, doch diese fällt wie so oft milde aus. Den Männern kann nur versuchte Unterschlagung nachgewiesen werden. Für die rheinischen Denkmalpfleger ein Desaster. Und dann klagen die Tunnelgräber auch noch auf Vorausgabe der beschlagnahmten Gegenstände und bekommen Recht. Und das ist noch nicht alles. Zu Kunos Zuständigkeitsbereich gehören ebenfalls diese Fundstücke im Landesdepot. Neben den Krügen aus Frechen lagern hier römische Sarkophagdeckel. Auch sie stehen in direkter Verbindung zu einem spektakulären Raubgräberfall im Rheinland. Deutlich erkennt man die Bruchstellen auf dem Deckel. Mit schweren Eisenstangen sind die römischen Prunkgräber aufgebrochen worden. Als die Archäologen eintrafen, war es schon zu spät. Der Inhalt geplündert. Alles, was den Forschern blieb, war ein auffallender Brocken Erde. Köln, Institut für Restaurierungswissenschaft. Wie alle archäologischen Funde wird dieser Erdklumpen erst gezeichnet. Dann setzen die Wissenschaftler ganz auf Hightech. Dieser unscheinbare Fund wird den Blick auf die antike Geschichte des Rheinlands verändern. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, am Klumpen kleben winzigste Fäden. Ein Fädchen wird separiert und für die Untersuchung in dem hochauflösenden Raster-Elektronen-Mikroskop vorbereitet. Der Faden wird fokussiert, hunderttausendfach vergrößert und auf seine Zusammensetzung hin analysiert. Auf dem Monitor gibt es die erste Überraschung, als das Messgerät in einem spezifischen Wellenlängenbereich kräftig ausschlägt. A.U. Aorum. Der Faden ist aus purem Gold. Das zweite Phänomen, das Fädchen, besteht aus vielen extrem dünnen, gezwirnten Einzelstreifen, deren minimaler Ausmaße die Textilspezialistin Annemarie Staufer überrascht. Das geht um ein Tausendstel Millimeter. Man muss sich also vorstellen, dass man eine Goldfolie in ganz haufeine Streifen geschnitten hat und die dann danach noch verarbeitet hat. Wie das gemacht worden ist, das ist uns einfach ein Rätsel. Aber das ist das große Staunen und eigentlich auch wirklich vor der Kunstwertigkeit in der Antike. Feinstes Goldgewebe. Der Sarkophag war also reich geschmückt. Annemarie Staufer kann nur erahnen, welche römischen Schätze die Grabräuber wohl erbeutet haben. Die Fahndung im Labor geht weiter. Ein einziges Haar, das erst unter dem Mikroskop sichtbar wird, liefert einen weiteren wichtigen Hinweis. Es stammt von einer Kaschmirziege. Die Anzahl und Struktur der Schuppen pro Millimeter verraten das Kaschmirhaar. Für die Textilforscherin Staufer ist nun klar, im Erdklumpen stecken die Spuren eines goldenen Leichentuchs einer unglaublich reichen Römerin. Dieses goldene Tuch, das besteht aus einem Grundgewebe, das aus einem ausgesprochen exotischen Material gefertigt ist. Kaschmirwolle und Wildseide. Unglaublich wertvoll. Ein Stückchen Erde beinhaltet so viele Informationen. Für Jürgen Kuno ein schwacher Trost, wenn er an die Zerstörung durch die Raubgräber denkt. Auch wenn im Sarkophag nur noch Knochen und etwas Dreck lagen, ist den Wissenschaftlern zumindest teilweise die Rekonstruktion dieser aufwändigen römischen Bestattung gelungen. Und die Erkenntnis, es gab vor 2000 Jahren eine Verbindung des Rheinlandes zum Kaschmirgebiet im Himalaya. Die Archäologen gehen jetzt offensiver gegen die Raubgräber vor. Wenn wir etwa in Gräberfeldern arbeiten, werden grundsätzlich Grabwunde nicht über Nacht im Boden belassen. Oder wir haben eine Bewachung auf den Grabungen, die eben verhindern soll, dass Nachtbesuch kommt. Das Konzept scheint aufzugehen. Dieser römische Sarkophag bekam keinen nächtlichen Besuch. In seinem Innern entdeckten Kunos Ausgräber edelste Gläser und Parfümflakons. Kombiniert mit dem Kaschmierfund ein weiterer Beleg dafür, dass einige Römer am Niederrhein extrem reich waren und wertvollster Luxuswaren aus dem Orient besaßen. Diesen Reichtum hat man bisher so weit am Rand des römischen Imperiums kaum vermutet. Unser Boden hat noch viel Neues zu erzählen, wenn er fachmännisch untersucht und den Plünderern endlich das Handwerk gelegt wird. Grabräuberei ist eben kein Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl an unserer Geschichte. Der Faden ist aus purem Gold. Das zweite Phänomen, das Fädchen, besteht aus vielen extrem dünnen, gezwirnten Einzelstreifen, deren minimaler Ausmaße die Textilspezialistin Annemarie Staufer überrascht. Das geht um ein tausendstel Millimeter. Man muss sich also vorstellen, dass man eine Goldfolie in ganz haufeine Streifen geschnitten hat und die dann danach noch verarbeitet hat. Wie das gemacht worden ist, das ist uns einfach ein Rätsel. Aber das ist das große Staunen und eigentlich auch wirklich vor der Kunstfertigkeit in der Antike. Feinstes Goldgewebe. Der Sarkophag war also reich geschmückt. Annemarie Staufer kann nur erahnen, welche römischen Schätze die Grabräuber wohl erbeutet haben. Die Fahndung im Labor geht weiter. Ein einziges Haar, das erst unter dem Mikroskop sichtbar wird, liefert einen weiteren wichtigen Hinweis. Es stammt von einer Kaschmir-Ziege. Die Anzahl und Struktur der Schuppen pro Millimeter verraten das Kaschmir-Haar. Für die Textilforscherin Staufer ist nun klar, im Erdklumpen stecken die Spuren eines goldenen Leichentuchs einer unglaublich reichen Römerin. Dieses goldene Tuch, das besteht aus einem Grundgewebe, das aus einem ausgesprochen exotischen Material gefertigt ist. Kaschmirwolle und Wildseide, unglaublich wertvoll. Ein Stückchen Erde beinhaltet so viele Informationen. Für Jürgen Kuno ein schwacher Trost, wenn er an die Zerstörung durch die Raubgräber denkt. Auch wenn im Sarkophag nur noch Knochen und etwas Dreck lagen, ist den Wissenschaftlern zumindest teilweise die Rekonstruktion dieser aufwändigen römischen Bestattung gelungen. Und die Erkenntnis, es gab vor 2000 Jahren eine Verbindung des Rheinlandes zum Kaschmir-Gebiet im Himalaya. Die Archäologen gehen jetzt offensiver gegen die Raubgräber vor. Wenn wir etwa in Gräberfeldern arbeiten, werden grundsätzlich Grabwunde nicht über Nacht im Boden belassen. Oder wir haben eine Bewachung auf den Grabungen, die eben verhindern soll, dass Nachtbesuch kommt. Das Konzept scheint aufzugehen. Dieser römische Sarkophag bekam keinen nächtlichen Besuch. In seinem Innern entdeckten Kunos Ausgräber edelste Gläser und Parfümflakons. Kombiniert mit dem Kaschmir-Fund ein weiterer Beleg dafür, dass einige Römer am Niederrhein extrem reich waren und wertvollste Luxuswaren aus dem Orient besaßen. Diesen Reichtum hat man bisher so weit am Rand des römischen Imperiums kaum vermutet. Unser Boden hat noch viel Neues zu erzählen, wenn er fachmännisch untersucht und den Plünderern endlich das Handwerk gelegt. Der Fall kommt zur Verhandlung. Sie endet zwar mit einer Verurteilung, doch diese fällt wie so oft milde aus. Den Männern kann nur versuchte Unterschlagung nachgewiesen werden. Für die rheinischen Denkmalpfleger ein Desaster. Und dann klagen die Tunnelgräber auch noch auf Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände und bekommen Recht. Und das ist noch nicht alles. Zu Kunos Zuständigkeitsbereich gehören ebenfalls diese Fundstücke im Landesdepot. Neben den Krügen aus Frechen lagern hier römische Sarkophagdeckel. Auch sie stehen in direkter Verbindung zu einem spektakulären Raubgräberfall im Rheinland. Deutlich erkennt man die Bruchstellen auf dem Deckel. Mit schweren Eisenstangen sind die römischen Trunkgräber aufgebrochen worden. Als die Archäologen eintrafen, war es schon zu spät. Der Inhalt geplündert. Alles, was den Forschern blieb, war ein auffallender Brocken Erde. Köln, Institut für Restaurierungswissenschaft. Wie alle archäologischen Funde wird dieser Erdklumpen erst gezeichnet. Dann setzen die Wissenschaftler ganz auf Hightech. Dieser unscheinbare Fund wird den Blick auf die antike Geschichte des Rheinlands verändern. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, am Klumpen kleben winzigste Fäden. Ein Fädchen wird separiert und für die Untersuchung in dem hochauflösenden Raster-Elektronen-Mikroskop vorbereitet. Der Faden wird fokussiert, hunderttausendfach vergrößert und auf seine Zusammensetzung hin analysiert. Auf dem Monitor gibt's die erste Überraschung, als das Messgerät in einem spezifischen Wellenlängenbereich kräftig ausschlägt. A.U. Aorum. Der Faden ist aus purem Gold. Das zweite Phänomen, das Fädchen, besteht aus vielen extrem dünnen, gezwirnten Einzelstreifen, deren minimale Ausmaße die Textilspezialistin Anne-Marie Staufer überrascht. Das geht um ein Tausendstel Millimeter. Man muss sich also vorstellen, dass man eine Goldfolie in ganz haufeine Streifen geschnitten hat und die dann danach noch verarbeitet hat. Wie das gemacht worden ist, das ist uns einfach ein Rätsel. Aber das ist das große Staunen und eigentlich auch wirklich vor der Kunstwertigkeit in der Antike. Feinstes Goldgewebe. Der Sarkophag war also reich geschmückt. Anne-Marie Staufer kann nur erahnen, welche römischen Schätze die Grabräuber wohl erbeutet haben. Die Fahndung im Labor geht weiter. Ein einziges Haar, das erst unter dem Mikroskop sichtbar wird, liefert einen weiteren wichtigen Hinweis. Es stammt von einer Kaschmirziege. Die Anzahl und Struktur der Schuppen pro Millimeter verraten.